einen schönen guten tag der hilferlag bietet seit mehr als 40 jahren ein interessantes und vielseitiges programm für den buchhandel an auch zur weihnachtszeit 2022 bieten wir wieder viele highlights die in ihrer buchhandlung auf keinen fall fehlen dürfen ich bin kevin scheuren und präsentiere ihnen heute fünf unserer titel die wir ihnen besonders ans herz legen autonaren lieben diesen buchstaben die tochtergesellschaft des bmw konzern fasziniert seit nunmehr 50 jahren autofans auf der ganzen welt mit eleganz performance und geschwindigkeit es ist der stärkste buchstabe der welt roland löwisch und silvan reißer haben in akribischer recherche ein sammelwerk der mgmbh zusammengestellt das einen nur die ohren schlackern lässt freuen sie sich auf spektakuläre bilder liebevolle texte und jede menge ps legendärer bayerischer sportwagen unter ihrem weihnachtsbaum potter fans aufgepasst tom grimm stellt alle auf die probe in seinem buch insider wissen für harry potter fans liefert er 250 magische fakten die jeder potter hat kennen sollte aufbereitet mit illustrationen und spannenden grafiken ist dieses buch nicht nur eine reine faktensammlung sondern eine aufregende tour durch die zauberwelt von harry hermine und co machen sie sich bereit für witzige überraschende und kuriose wissenshäppchen rund um den wohl berühmtesten zauberlehrling der welt also zauberstelle raus und ab nach hogwarts thank you for the music the songs i'm singing aber das sind agneta benny björn und anifried seit ihrer gründung im jahr 1972 begeistert das schwedische quartett fans auf der ganzen welt von goetheburg bis melbourne jung bis alt und jetzt bekommen aber fans so richtig die möglichkeit in erinnerungen zu schwelgen denn jean marie potier offizieller aber biograf hat sein ultimatives sammelwerk im hilferlag veröffentlicht dieses super trooper lexikon umfasst alle alben songs live auftritte compilations und neue auflagen erstmals auch mit den solo projekten der eurovision song contest sieger des jahres 1974 also erleben sie kein waterloo greifen sie jetzt sofort zu wenn man an street art denkt kommt man unweigerlich an einer legende auf keinen fall vorbei banksy niemand kennt die person hinter diesem namen gesichtslos mysteriös unerkannt aber stets mit einer starken message banksy schafft es wie kein zweiter politische gesellschaftliche und soziale themen mit spöttischer distanz auf hauswände parkbänke und mehr zu bringen und diese in ein museum ohne eintritt zu verwandeln und die menschen zum nachdenken zu bringen dieses buch nimmt sie mit auf eine zeitreise durch die werke das schaffen und die messages hinter der kunst die millionen menschen auf der ganzen welt begeistert für unsere letzte empfehlung freue ich mich über einen ganz besonderen gast hier ist für sie der quizgott höchstpersönlich hier ist sebastian jacobi so werden sie zum quizgott 2023 der neue quizkalender ist da wie schon im letzten jahr große freude tolle fragen für jeden tag des jahres unter der woche und für das wochenende eine gemeinsame frage mit spannenden informationen aus der feder des quizgottes natürlich alle selbst gemacht und auf der rückseite habt ihr immer eine klasse auflösung und besonderes gimmick einmal im monat kriegt ihr einen qr code mit dem ihr ein auflösungsvideo im internet euch anschauen könnt zu diesen fragen sind spannende sachen dabei ich erinnere mich im letzten jahr zum beispiel an die ziegenhainer zuchtordnung die damals die grundlage für die konfirmation war für die einführung der konfirmation sowas findet ihr darin schwere aber tolle fragen euer quizgott sie sehen weihnachten kann kommen wir vom hilferlag wünschen ihnen viel spaß beim stöbern und freuen uns über eine prominente platzierung unserer titel in ihrer buchhandlung der hilferlag technik und leidenschaft seit mehr als 40 jahren